Urdhva Purvottanasana ist die schiefe Ebene mit stark gehobenem Becken. Urdhva Purvottanasana ist auch die schiefe Ebene Grundstellung, eben im Unterschied zu Januvakra Purvottanasana, wo du die Knie gebeugt hältst, oder auch zur Dandha Purvottanasana, wo du versuchst, ganz gerade zu sein, das Becken nicht zu heben. Hebe das Becken so hoch, wie du kannst. Purvottanasana heißt ja eigentlich die Dehnung der Vorderseite des Körpers und das drückt aus, dass du wirklich probierst, Brustkorb und Becken nach oben zu bringen.